Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medizin. Doch wie lässt sich dieses Potenzial bestmöglich nutzen? Sorgt sich ein Patient beispielsweise um seine Gesundheit, kann er mit einer Symptomchecker-App schnell erste Diagnosen erhalten. Die App hilft dem Patienten auch, zu entscheiden, ob und zu welcher Fachärztin er gehen sollte. Der Algorithmus der App liefert der Ärztin wertvolle Hinweise für die Anamnese, auch bei seltenen Erkrankungen. Und er kann bei der Wahl der richtigen Behandlung unterstützen. Künstliche Intelligenz kann beispielsweise bei einer MRT-Untersuchung nützlich sein. MRT-Bilder bestehen aus hunderttausenden einzelner Bilddaten, in denen neuronale Netze Muster erkennen und die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen berechnen. Dafür wurden sie zuvor mit zahlreichen MRT-Bildern und den dazugehörigen Diagnosen trainiert. Auf diesem Weg erhält die Ärztin von den KI-gestützten Assistenzsystemen wichtige Hinweise für die Wahl der Behandlung. Doch um reflektiert damit umgehen zu können, bedarf es spezieller Kompetenzen. Zusammengefasst sind genau diese beiden Aspekte besonders wichtig. Zum einen müssen KI-Systeme mit möglichst vielen verschiedenen Daten trainiert werden, um verlässliche Ergebnisse zu liefern. Zum anderen benötigen MedizinerInnen zusätzliche Fähigkeiten, um KI-unterstützt bessere Entscheidungen im Sinne der PatientInnen treffen zu können. So lässt sich das Potenzial künstlicher Intelligenz für die Medizin reflektiert und kompetent nutzen. Wir sehen uns auf dem KI-Campus.